Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist, was ist denn heute? Donnerstag, der 28.11.2019 um 6.21 Uhr. Heute bin ich wieder im Zeitplan, im normalen Zeitplan der letzten Zeit. Und ja, es geht gleich ins Büro und heute nach der Arbeit werde ich mich mit Germaine treffen. Wir werden Hühnchen essen gehen am Imbiss, da wo wir immer Hühnchen essen und ein bisschen quatschen. Und ja, es ist schön, ihn mal wieder zu sehen. Ich habe schon Anfang der Woche, glaube ich, gefragt gehabt, sehen wir uns den im November noch? Und dann meinte ich, so wie sieht es aus? Donnerstag, Hühnchen? Ja. Freitag spielen? Ja. Morgen habe ich ja frei. Ich habe ja morgen Überstunden Freitag sozusagen mal wieder. Und werde dann wahrscheinlich morgen die eine oder andere Stunde mit Germaine zusammen zocken. Aber ich werde morgen auch ein bisschen Zeug nachbacken, damit ich am Sonntag, dem ersten Advent, einen Plätzchen backen, Plätzchen dekorieren, wie auch immer es streamen machen kann. Und dann alle Sachen zusammenpacken kann, um sie dann zu versenden. Ja, ansonsten, was gibt es zu erzählen? Samstagabend sind wir bei Dennis auf der Geburtstagsparty. Dennis schrägstrich Shanghai Schneek hat uns eingeladen. Und wir sind ein paar Stunden weg, irgendwie nördlich von Berlin. Und wie gesagt, Sonntag werde ich dann ein bisschen Plätzchenbackkram machen, damit ich nächste Woche, also ab dem 2. Dezember, die Päckchen verschicken kann, die alle weg sollen in die Weltgeschichte, sagen wir es mal so. Ich glaube, bis Österreich gehen sie. Die Chili und der Level und dann haben wir auch in Deutschland noch einige Empfänger. Ich muss mir auf jeden Fall eine aktuelle Liste ziehen, zwecks Subs. Wer alles subskribiert hat, subskribiert hat und wie lange. Und dann muss ich dementsprechend die Päckchen mit Inhalten füllen. Mit Plätzchen, mit kleinen Geschenken, mit Schokolade und was weiß ich alles. Gut, also, ihr habt einen wunderschönen Donnerstag, kommt gut durch den Tag. Wir hören uns morgen beim nächsten täglichen Vlog. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns vielleicht heute Abend auch um so gegen 20 Uhr bei einem Stream. War Spider-Man, was ich heute spielen wollte? Ich glaube, ja. Bin mir nicht sicher. Aber ich bin heute Abend wieder live nach... Entschuldigung. Ich dachte, ich könnte den Nieser noch aufhalten bis nach der Aufnahme, aber das ist mir nicht gelungen. Es tut mir sehr leid. Und nach über einer Woche, die ich nicht gestreamt habe, das ist verrückt. Der Silent hat auch schon ein bisschen geschimpft, weil am 18. war der letzte Stream, also vor 10 Tagen. Da habe ich Witcher 2 gespielt. Und seitdem nichts mehr. Ja, und jetzt werden wir heute streamen. Morgen muss ich mal gucken, ob ich es schaffe. Am Samstag auf jeden Fall was streamen. Und am Sonntag bestimmt auch. Also, zwei Streams auf jeden Fall noch im November. Und Sonntag ist ja schon Dezember, das ist ja schon der erste Zwölfte. Also, habt einen wunderschönen Tag. Kommt gut durch den Tag. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht ärgern. Und wir sehen uns später oder morgen dann beim nächsten täglichen Vlog. Bis dann. Und übrigens, ich habe gestern mit BUFF zusammengespielt. Äh, Fallout 76, Battle Royale. War ganz witzig. Und ein bisschen hier Overwatch. War auch ganz witzig. Bin da zwar nicht so gut, aber egal. Es ist schön bunt. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020